so leute willkommen zurück zu Skyblock und damit sagen wir willkommen zurück zu einer neuen Folge wieder mit mir und dem Thilo und ich habe ganz viel Kabel gefahren während dessen Thilo da Prozent beschäftigt war boah ey hehehe Alter geht mich das auf eine gerade fängt die Aufnahme an was kommt natürlich die erste schreibt die erst mal an boah ey meine Fresse also ich war das wieder bis das Tag wird und dann Prozent Prozent bräuchte in die Monster Dings Boms zu sporen äh Scheiße weiter warte wo denn na da hinten da den Weg die nur gebraucht ist viel besser das war so ein Baum hat es war ich gerade schon ich stehe hier oben falls man mich nicht sieht da er sich durch nun dachte ich hier so aus Langeweile rum ja im Baum ja ich weiß ne ich bin schlau ich hab sogar diese fünfe Mathe dieses halbjahr bekommen das ist mein neuer Heißgore gut sein wir brauchen mehr Platz für den Baum hier fällt nämlich schon Holz runter ja ich weiß und ich hab keine Axt mehr und ich hab ganz 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 vieles Laps bei mir was auch Cherko Cher was Schaub holzkohle Cherko ne dies im Ofen zack danke für viel Fakke Alter es leckt bei mir gerade übelst mit dem TZ erinnert bei mir auch gerade übelst und dann da jetzt fällt nein da 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 fällt ja ähm hier war die Kraken bis in die Insel wo er hält er auf das Lüfter bei mir hörst du bei mir den Lüfterm Hintergrund das ist gut weil der tritt gerade total am Rad Flachwitz er versteht muss auch nicht verstehen und das wiederholz runtergefallen Ruhr komm schon wer hat er stark es werde Tag auch schade Dieser Baum, ne? Unglaublich. Naja, ist nicht genauso. Ich hab eigentlich mal eine Frage nochmal an die Zuschauer. Aber was haltet ihr von Trouble in Mindville? Also wirklich, dass es da jetzt so viele Premium-Spieler gibt. Weil es gibt ja teilweise Server, die sind voll mit Premium-Spielern. Ja, so. Schön. Ja, was hältst du da von, Tilo? Weiß nicht, ich spiele kein Trouble in Mindville. Warum spielt das nicht? Weil ich da immer noch nicht raufkomme. Ach ja, genau. Oh, ist hier scheiße. Hä, aber das liegt dann an deinem Internet oder an deiner Firewall, ey. Nö, hab ich schon ausgeschaltet und probiert. Hä, das hat so mit dem Internet zu tun. Man, jeder findet das, bloß du nicht. Ich weiß nicht, es ist, äh... Naja. Naja. Ist halt halt, äh, Tilo, ne? Oh, wie süß. Ich äh, sollte immer zu kurz töten? Ich hab noch einen Hunger. Achtung Schlauheit Schlauheitsalarm das war mit den nachhaltigen Zampartner bitte wieder zurück und zu Mentorin also zu wenig ist jetzt nicht die Erde weil wenn die jetzt weg werden wenn wir die A Acht Prozent hätten und das bisschen Erde gehabt ich hab das gar nicht gemerkt gar nicht mehr einig der der wenigen hinter mir hoch ich bin ein Torort die Beleitung schau dich auf mein Herz Sammle meine Sachen nicht ein Nussdorf so denkt sich für die Einsamme ne Tod wir haben zwei Fäden Kuhliger wird daraus er das war ganz viel Spinn Tüten mit ihm wieder aus Fäden aus können der Betten später bauen also ich habe schwer ich auch geht die Welt und ich bin die Welt Leute hat den gebraucht Junge tschüss nein warum denn hätten wir ruhig ey ist ein Zombie gespawnt hallo hallo ich bin Papa ich bin Papa Zombie bist du Mama Zombie oh verklauert für ein Müll ich hab getrunken kennst mich doch schon wieder die erste Wolle haben wir ja gut dann fehlt uns doch voll nicht die Krieger Kripp ab er wird die Kriper von Antony brauchen wir eigentlich auch nicht Alter wie die Spinne da rumbackt wo denn die Finst wie findest du Orsch wie finde ich was wie findest du das im nächsten Update dass wenn die Monster brennen und die hauen ein dass man dann selbst anfängt zu brennen scheiße ja hier ist das gelockt so haben es vier Bonemeal oh sechs und zwölf ähm Pfeile wir müssen gucken dass wir später vielleicht auch einen Bogen einfach mal kriegen ne ja aber die Pfeile ja wo wie willst du die kriegen die Pfeile ja ja von Skeletten im meinten sagen wir jetzt die Chance ist 1 zu 20 dass wir ein Pfeil kriegen du dann äh einen Bogen kriegen ja ein Pfeil dann ist klar ja gut aber ähm scheiße nein die ganzen ich hatte und die drei Stacks Slaps äh ne anderthalb noch gehabt ja warum tust du die denn ach gar keine ja ich wollte eigentlich einen Slap hinbauen aber schade dessen bin ich in die Lava gekommen scheiße fickt euch ja sonst lasst doch mal was auf die Lava bauen da äh nur mal so warum hat er sich die Steine hier aus da hier aus der Tour verbraucht weiß ich nicht na schlau ich habe auch keinen mehr ach doch für die Axt ja schlau hast noch drei da drinnen naja aber wo ist denn ja wer hat denn meine Spitzhacke geklaut wenn ich fragen darf ja da sind ja drei Steine immer drin und wenn man die nimmt muss man sie auch noch nachfüllen ja und wer hat meine Spitzhacke da reingenommen ja kannst du ja mal sagen ja Benni ja 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 ich merke das hier schon oh mein Gott du bist so hören apotiert Tilo warum bin ich denn jetzt hörner apotiert ey das fängt hier nicht an zu brennen ich weiß oder warum hast wer hat hier denn unbedingt die ganzen Steine zu Slaps machen müssen aber wir haben ja jetzt genug Holz ja von daher naja naja wird Camtasia auch noch mal fertig oh es sind 59% ey what the fuck mult 유 72 تى Absolut Europa im 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 so ein Mann frage ist es ja nicht ist so ist sie in der Kiesel endlos blau oder kommt auch einfach wieder ein Land werden wer weiß wie viel tausend Kilometer weil man kann ja erstellt Prozent die komplett ohne Blöcke zu den es machst du da das musste da was wird das hier die Bewege dran links sind mein Haus ihr kommt ein Haar ich konnte nicht mehr fertig bauen ich wollte ich hatte gerade drei stein gegeben sie aufgefallen oder er hat mir aufgefallen gut oh 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 ja was kriegst du denn jetzt davon ich brauch stein oh ich kriegst das war das war okay Ja, genau. Wow, 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 wow. Ich hab noch... Ja, genau, mir ist gerade noch eine Frage eingefallen. Welches Sound finde ich eigentlich besser, die neuen Minecraft-Sounds oder die alten? Also sprich die ganz alten, die aus der Beta und Alpha, da wo die Türen auch noch andere Geräusche machen und so. Welche findest du besser, Thilo? Die jetzt finde ich besser, aber der Element, der geht gar nicht. Ich finde die alten besser. Ich fand irgendwie die Tür, die kann immer so cool für dich. Die was? Die Tür. Die findest du immer so gut. Ach du Scheiße, 63. So, wie lange haben wir noch? Oh, wir haben noch 10 Minuten. Darf ich Holz? Ja, Holz haben kann ich selbst verbrauchen. Oh, 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 oh. Heller, was ist mit deinem Sound gerade los? Das ist ja richtig schlecht, du klingst richtig verzerrt. Hörst du, wenn was verzerrt ist? Mach deinen scheiß Stimmverzehrer raus, Alter. Was? Mach deinen scheiß Stimmverzehrer raus. Was für ein Stimmverzehrer? Ja, was für ein Stimmverzehrer, Tilo. Ja, was für ein Stimmverzehrer? Du hast doch einen Stimmverzehrer an deinem Mikrofon. Ja, und jetzt? Ja, jetzt habe ich so ein Glück wieder draußen. Hey, der war nie drin. Ach so, dann war der auf jeden Fall... Kannst du dir auch nicht nachher in der Folge ansehen. Ist das so ein Gequietsche? Nee, so ein... Also, ich kann dir das nicht vorspielen, leider. Und es ist so halb Helium, ist das so... So halb Krüppel Helium und irgendwie... Krüppel Helium. Ja, halt. Komm, vielleicht war... Oh, ich brenne nicht, brenne nicht, brenne. Tilo has burned. Ach, schief mit. Burn. In the water. Ja, genau. Ja, water. Nein, 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 oh. Scheiße, Hidensstick. Scheiße, Hidensstick. So, wenigstens kommt, wenn ich hier nicht mal runterspringen. Ich weiß, dass Lavascheiße ist, Tilo. Er hat man baumsgewachsen. So, ähm, ja, ähm, 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 was würde ich sagen? Fällt es aber nicht mal ein. Ähm, jetzt brauche ich echt noch ein zweites Kabel zum Generator, weißt du das eigentlich? Ich weiß nicht. Jetzt ist er sicherer Guck. Hm, so gut so. Nein, die Pflanzen, äh, der Kölz ist gut wie fertig. Ich habe wieder mal nichts zu tun, Tilo kriegt zwei Stein von dir. Arschgex. Ich habe dir auch von drei gegeben. Danke. Ey, wir müssen, äh, ernsthaft mal herausfinden, was wir hier machen müssen. Ja. Nein, lass, 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 lass. Mata, schnell wieder Holz. Nee, brennt der Fackel, der ganze Zaun mit ab, Junge. Ja, und? Ja, gut, dann stand das, du ja, ne, ne, oder? Ja, hä, ja, dann musst du dir meinen abbauen. Ich habe keine Axt. Oh, ich aber. Ey, der Zaun brennt. Brennt der besser, dann müssen wir den benutzen. Nicht warum gewachsen. Ich habe Mopfel. Ich weiß ja nicht, ob der besser brennt, also. Aber wir verbrannten eher eben. Und da hat gerade wieder was komische Geräusche gemacht. Na gut, ich sag, dass ich von manchen Leuten das eh falsch verstehen werden. Ey, das Holz brennt, das Holz brennt, das Holz brennt, das Holz brennt, Kilo, das Holz brennt. Au. Das ist ja auch mal wasser. Das breitet sich nicht aus. Wo das sich gefickt hat, dass ich brenne, äh, Kno kleiner verbreiten. Gab's das nicht irgendwie? Ja. Ne, Donner ist deshalb nicht gehen, entschieh, erhole ich uns gleich ein Feuerzeug im Game-Modell. All das, äh, das gibt's nicht, oder warum breitet sich der Scheiß nicht aus? Ich höre es echt ein Feuerzeug, Slash Game-Mod 1. Oder doch nicht. Game-Mod. Null. 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 Ey, meine Sachen liegen nur noch. Oh. Ey, ey. Ey. Äh, man kann nicht hin. Warum heißt der Minecraft-Character eigentlich Steve? Thilo? Ja? Warum heißt der Minecraft-Character eigentlich Steve? Das weiß ich nicht, aber ich denke mal weiß ich nicht Ich probiere das jetzt mal mit Rohrholz Ich brenne Ich wollte eigentlich über die Lava jumpen Aber jetzt kann ich hier nicht Ich probiere das einfach mal mit Rohrholz Mach das Meier auch So So viel Holz Oder mit Zaplings, aber wir haben ja kein Eisen Mit Zaplings, ja? Äh, mit, äh, Lease Ja, stimmt, der braucht wie ne Schere, genau Ne, war was wir jetzt, wenn wir da jetzt einfach einen Baum wachsen lassen würden? Dann muss ich ihn nur ein bisschen tiefer runter bauen irgendwie Ja, das weiß der nicht Wie der, ne, das Was ist, wenn wir Ach, wir haben ja keinen Eimer mehr Was ist das denn? Wenn wir den Eimer und dann die Lava genauso daneben setzen Weil dann fängt ja der nächste Block daneben an zu brennen Und dann Haben wir kein Schwert mehr? Warum? Es fängt, es brennt, es brennt So, ihr das, äh, ja, ihr habt's grad höchstwahrscheinlich wieder gehört Ja, haben wir Ja, das war das Ende für diese Skyblock-Folge, oder? Ja, ja Ja, bis zum nächsten Mal Tschüssi Tschüssi Tschüss Tschüssi 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 Vielen Dank.